Untertitelung des ZDF, 2020 Moment Ich hab's da, ich kann's da ausgeben Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden Wie irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen Ja, wobei ich glaube, dass wir sie ja nur für sich erreichen und nicht für irgendjemand anderes Hä, wo waren das Ach hier So, dann haben wir das auch schon mal Er will sich nicht mal vorstellen, merkt man So, ich mache jetzt eben noch die Little Sister fertig Hier oben Oh, deine Scheiße Also wirklich, ich weiß Finde ich ja zum Verzeihung Du selber bist am Malochen, dass das Ding da steht Dann kommt ein so ein blödes Ding da her Ja, ganz toll Ich weiß, Adam Aber wir müssen erst kurz was machen Hier könnte ich die doch nachkaufen, oder? So, wo war das jetzt? So, wo war das jetzt? Der Sammel Und bitte zügig sind die So, wo war das jetzt? 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 Das war's für heute. Sammelt im Sauseschrift und bringt das Adam hin. Was ist denn jetzt los? Schneller! Was ist denn hin? Ich sehe hier gar keinen. Was ist denn hin? Ah! 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 Oh ja. So, mal gucken, was ich da hatte. Ich hoffe ja auch irgendwann mal, dass es so ein bisschen... Wow. War auch voll gut. Ja, dann bringen wir die Ebene nämlich weg. Und dann kommt man nämlich jetzt auch in die nächste Woche. Ja, 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 hier geht's ab. Tja, ja, ja, was soll ich sagen? Wer war denn da? Zum Houdini? Meine Hörner. Darf ich jetzt mal endlich mal hier weitergehen? Danke. So, da gebe ich sie gleich ab. Wie komme ich denn da nochmal rein? Oh, wow, warte mal. Ich könnte hier die letzte... Ja, ja. Die ganze Zeit machen. Ja, bevor ich sie abgebe, gehe ich nochmal da lang. Oh, da ist der. Da ist der. Da wollte ich... Wow, die kann ich nicht sehen. Da sitzt aber, kann ich eh nicht mitnehmen. So, hier spritzen zwei... 50er Kugeln, ein paar... Und dann liegen da, glaube ich, noch ganz viele, oder? Oh ja, warte. So, dann können wir das Geld hier noch rausnehmen. Dann gehen wir... Dann gehen wir ganz schnell zurück einmal. Äh, in den Raum da rein, weil ich... Geh mir doch mal aus... Oh, sage mal. Geh mir aus dem Weg. So, dann gehen wir schnell in den Raum da rein, weil ich vermute eine Power... Ja, eine Power to the Station to the people. Power to the Station. Ich bin auch eine Power to the Station. Aber das kann ich sowieso alles nicht mitnehmen. Aber das würde ich mir gerne mitnehmen. Was hätte ich es nicht gekriegt? Wow. Wir haben unsere älteste Sister physisch und mental neu konditioniert und mit Protector Equipment ausgerüstet, das nach meinen Entwürfen modifiziert wurde. Die Jüngeren titulieren sie als Big Sister. Leider ist das nur ein Notbehelf. Durch die Splicer und den Alterungsprozess der Mädchen werden uns bald geeignete Little Sisters ausgehen. Und dann heißt die Erdoberfläche unsere einzige Chance auf Nachschub. Achso. Die sind ja ausgegangen. Wow. Da hast du recht, meine Süße. So, jetzt gehen wir nämlich die Kleine ab. Das passt mir auch gerade ganz gut eigentlich, wenn wir diesen neuen Schrot gekriegt haben. Weil, wer möchte raten, was jetzt kommt, na? Danke. Bitte. Bitte. Die Mädchen flüstern mir etwas zu, Vater. Sie haben dir ein Geschenk hinterlassen. Im Gatherers Garden. Hol es dir. Ich bin ein Geschenk. Das war's für heute. So, Boar-Vampir. Okay, was ist denn das? Äh, halt deinen Körper und Geistern und du ihn schwingst. Wetter 10 und klar und mein Blut. Okay. Okay. Gibt aber auch nicht auf, die alten. Okay. Okay. Ja, natürlich darf ich einen auch noch bekämpfen. Okay. 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 Oh, fuck. ich werde auf jeden fall jetzt ganz ganz schnell ich will ganz schön was kaufen ganz viele verband ich fühle mich wieder gut es war ihr nicht bestimmt einen vater zu haben sie sollte die erbin meines lebenswerks werden und hier hat man sie verändert hier hat man sie an dich gebunden das kind das sie einst war ja aber was kann ich denn da für hallo okay kumpel es wird zeit die fische zu füttern geht zurück zu alexander das kank und wirft die pflanzen ein um ja 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 Meine Herren im Himmel, füttert das auch mal auf. Die Verbandskatze habe ich jetzt noch gefunden. Werde ich jetzt noch mal in den Gäsergaden gehen? Ich glaube, ich kriege ein Geschenk jetzt noch, oder? Es gibt keine mehr dieses blödes Ding. Ja, man kann hier tatsächlich sehr an seine Grenzen kommen. So, bevor ich das aber mache, irgendwas. Vorsichtig, Süße. Aber später braucht man das immer, dass man nicht so eine dicke Kraschung oder was haben kann. Schade, 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 schade. Oh, warte mal. Nieten kann ich noch, ich glaube, auch ein bestimmter Arten. So. Und dann benutzen wir es einfach mal. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Wir haben ja Regeln. So. Das war's für heute. Scheiß Dinger. Das ist alles nur Menschen gewesen, das sollte ich mal überlegen. Ist noch irgendwo was? Das ist das Schroträume. Tanz den Tanz der Tanzer. Tanz den Tanzer. Wo? Oh Gott. Nein. Wie kannst du es machen? Du willst mich überlassen mit dieser... Bestechungsaktion. Diesen Malmosen. Diesen Malerflüchenden. Ich verfluche dich, Delta. Das haben schon andere getan. Perfekt mein Junge. Du hast ihn am Haken. Ich benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Aber werde ich ihn töten? Ich glaube nicht. Immerhin hat er, ähm... Immerhin hat er... Du hast den Schlüssel zu Lamps Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxifil-Station zu gehen und ihn benutzen. Ich habe, wenn ich ihn so zu lassen, wie ich ihn spiele habe. Wenn es etwas zu machen ist, dann ist es so, dass ich in diesem Stall befindewand. Ich will etwas zu laufen. Das estou lief, wenn es hilft, es heilt. Es ist so, dass es nicht einfach, die enthörte, sich dieл lenken, die enthörte. Ich habe es nicht zuvor.